Heute mit einer Herrbuchrezension, und zwar das Paket von Sebastian Fitzek, gelesen von Simon Jäger. Der Klappentext. Vorsicht, dieses Paket öffnen Sie auf eigene Gefahr. Ihr Postbote bittet Sie, ein Paket für einen Nachbarn anzunehmen. Ein Nachbarn, dessen Namen Sie noch nie gehört haben, obwohl Sie schon seit Jahren in Ihrer kleinen Straße wohnen. Was kann schon passieren, denken Sie sich, und lassen den Albtraum in Ihr Haus. Die Hörbuchrezension meiner Kollegin. Pakete bekommt man ja immer mal, egal ob gerade Weihnachten vor der Tür steht, Ostern, oder man einfach nur im Internet shoppen war. Manchmal steht aber auch der Postbote mit einem Paket für den Nachbarn vor der Tür. Da hat bestimmt jeder schon mal aus Freundlichkeit das Paket angenommen und einen kurzen, neugierigen Blick auf den Absender geworfen. So geht es im Prinzip auch Emma Stein. Allerdings ist bei ihr alles noch ein wenig anders. Sie kennt den Namen des Nachbarn nicht, obwohl sie schon seit Jahren in der Straße lebt. Dennoch nimmt sie das Paket an, dass sie seit einiger Zeit das Haus nicht mehr verlässt. Doch ihre Paranoia nimmt sie immer mehr gefangen. Der Grund, dass sie das Haus nicht mehr verlässt, ist eine Vergewaltigung, die ihr keiner glaubt. Sie ist das dritte Opfer eines Serienmörders, der der Friseur genannt wird. Doch im Gegensatz zu seinen anderen Opfern lebt sie noch. Zumindest physisch. Psychisch ist die Psychiaterin ein Frack. Ich muss sagen, ich kann es mir nicht vorstellen, was schlimmer ist. Die Vergewaltigung oder, dass man ihr nicht glaubt. Sogar ihr eigener Mann, Beamter bei der Kripo, scheint ihr nicht zu glauben, obwohl er das Gegenteil beteuert. Das fremde Paket verleitet sie dazu, das Haus zu verlassen und in das Haus des Nachbarn zu gehen. Oder etwa doch nicht. Hatte sie es nur vor und sich den weiteren Verlauf zusammengesponnen oder passierte es wirklich so? Sebastian Fitzek spielt sehr gekonnt mit Realität und Fantasie. Manchmal war ich mir als Hörer nicht ganz sicher, wo wir sind. Auf dem Boden der Tatsachen oder in Frau Steins Würmgeist. Die Grenzen scheinen teilweise zu verschwimmen. Wir, wir, hier etwa ein Komplott gegen die Ärztin geschmiedet, wird hier etwa ein Komplott gegen die Ärztin geschmiedet, abwegig scheint dies nicht. Da sie gerade erst unerlaubte Behandlungsmethoden bei renommierten Kollegen aufgedeckt hat. Nämlich die Zwangsbehandlung von psychiatrischen Patienten. Sie hat sich selbst dort eingeschlichen und mit versteckter Kamera gedreht. Oder befinden wir uns in ihrem gestörten Geist und sie baut diese Fantasiewelt auf, um, wie sie meint, nicht völlig verrückt zu werden. Es ist schwierig, etwas über den Füller zu schreiben, ohne es viel zu verraten. Der Spannungsbogen ist enorm und zieht sich bis zur letzten Sekunde. Sebastian Fitzek bindet auch die Angst des Menschen in seinen Verstand zu verlieren. Dieses Ohnmachtsgefühl ausgeliefert zu sein, wenn einmal festgestellt ist, dass man verrückt ist. Die Angst, dass andere über das eigene Leben bestimmen und dies auch ausnutzen könnten, ist etwas Grundlegendes. Und dadurch kann man sich wunderbar in die Hauptfigur hineindenken. Auch die Stimme von Simon Jäger gibt der Geschächte einen zusätzlich fesselnden Aspekt. Ein spannendes Hörbuch, welches meine Kollegin nur wärmstens empfehlen kann. Zu bestellen ist das Ganze für 11,99 Euro bei Bücher.de zum Beispiel oder bei Thalia. Ich wünsche euch viel Spaß und Spannung beim Hören. Bis bald, euer Markus von Literaturlounge.eu Das war's für heute. Bis bald bei der Literaturlounge.eu Euer Markus Och